Wir sind diese Wochen in Sachsen quer durch alle Landkreise unterwegs, vor Ort mit unserem grünen leeren Lehrerstuhl, weil wir auf den großen Lehrermangel in Sachsen aufmerksam machen wollen. Es ist ja erstaunlich, dass in diesen Wochen Schülerinnen und Schüler und Lehrer zusammen auf die Straße gehen, um für ihr Recht auf Bildung einzustehen, um die Umsetzung ihrer Schulpflicht einzufordern. Es fallen immer mehr Unterrichtsstunden aus, die Klassen werden immer größer, es finden immer mehr Abordnungen von Lehrern an andere Schulen statt. Wir finden das Thema so wichtig, dass wir überall mit den Menschen vor Ort uns Gespräch kommen wollen.